Der Großbrand im Rüßdorfer Mord zerstörte eine Scheune auf dem Hof der Familie Mohl. Wie sich vergangene Woche herausstellte, wurden bei der Brandbekämpfung Löschmittel eingesetzt, die bereits seit 2011 nicht mehr verwendet werden dürfen. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermittelt wegen Verstoßes gegen das Umweltschutzgesetz. Auf den betroffenen Landwirt kommt nun neuer Ärger zu. Derzeit ist das Problem, dass niemand bereit ist, die Entsorgung des mit Schaum belasteten Bodens zu übernehmen und die Stadt Heide hierfür zuständig wäre als Träger der Feuerwehr, die jedoch dies ablehnen, da der Schaum auch nur zugekauft oder angefordert wurde. Der derzeitige Vorschlag des Bürgermeisters, oder Vorschlag, aber er sagt, ich werde wohl nicht drum herum kommen, auf eigene Kosten zu entsorgen, ich sollte mir schon mal einen ausreichenden Kredit bei der Bank anfordern. Die Zinskosten würden schließlich später auch beim Gerichtsverfahren, wenn ich denn gewinnen würde, auch übernommen werden von einer Versicherung, die dann zahlen müsste.